Willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt auf Todesmarsch. Heute werden wir Roche anheuern, weil wir Ciri nach Kermorhen bringen. Und dann kommt die wilde Jagd hinseher und wir brauchen Verbündete, um die wilde Jagd zu bekämpfen. Geralt van Riefer. Gesund und munter. Was läuft? Ich könnte deine Hilfe in Kermorhen gebrauchen. Ich möchte Ciri dahin bringen. Die wilde Jagd wird dort kurz darauf auftauchen. Du hast mir geholfen, als ich dich brauchte. Also mache ich dasselbe für dich. Danke. Deine Fähigkeiten könnten sich als unbezahlbar erweisen. Vielleicht bringe ich auch Wes mit. Wie auch immer. Wir sehen uns in Kermorhen. Ach ja, die Gute halte Wes. So, Waffenbrüder. Vernon Roche. Wo ist denn überhaupt Wes? Ich sehe sie gar nicht. Ein Hexer. Das hat uns auch gefehlt. Hexer können nicht die Pocken. Da ist Wes. Hi. Hallo Geralt. Hi. Mühsiges Geschwätz. Uninteressant. Okay. Habt ihr echt Könige ermordet? Du und dein König. So. Du warst schon überall. Erzähl mal. Lasieren sich die Weiber in Novigrad... Komm schon, Plätze. Nein, den Arsch. So. Ähm... Ich muss nach Skelly gehen. Oder ich mache jetzt halt diese andere Quest mit... Sammle sie alle. Sie geht Tala. 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 Da ist er. Ja, bevor ich jetzt die ganzen... Die Hauptquests weiterverfolge... Natürlich will ich alle Gwinde-Karten haben. Warum auch nicht? So. Die sieben Katzen. Tala. Wo ist er denn? Ähm... Hier drin. So. Sieh dir den Mutanten... Kann aus Dreck kein Gold machen. Das wäre schön. Tala. Hallöchen. Mit dem habe ich doch schon mal ein Geschäft gemacht, oder? Hallo? Hm? Hm? Ein Kartenspiel? Bin ich recht informiert, dass du Karten spielst? Ich spiele alles. Würfel, Karten, Schach. Dabei kann ich mich entspannen. Suchst du nur ein Gesprächsthema oder willst du spielen? Spielen, bitte. Gut, spielen wir. Aber denk dran. Ich bin nur an guten Karten interessiert. Schrott will ich nicht. Oh, die ist neu. So, kann ich die sonst auch irgendwo hinzufügen? Nein. Gut, ich nehme wieder meine Standardanführerin. Zack. Gegner darf anfangen. Hm. Viel zu viele Nahkämpfer. Der kann weg. Die kann auch weg. Stattdessen habe ich die hier bekommen, die ist besser. Die kann man halt variieren. Finde ich ganz gut an dem Deck. Der hat dasselbe Deck. Nahkampf. Gehe ich auch auf Nahkampf. Los, ein bisschen besser. Das ist wohl eine ganz harte. So. Gegner passt. Der hat nur 18 Damage und der passt. Easy. Gut, beide 8 Karten. Er hat ein Leben weniger. Ich. Gönn mir. Der hat bestimmt auch diese Karte hier. Gehe ich auf Nahkampf. Gehe ich auch auf Nahkampf. Ja, geht auf Nahkampf. Dann gehe ich auch auf Nahkampf. Dann gehe ich auch auf Nahkampf. Er geht auf Fernkampf. Dann. Gehe ich auf Nahkampf. Gleich setze ich die Einfrierenkarte ein. Er verdoppelt die Stärke von seiner Bitch. Ich habe immer noch 29. Wie spiele ich den hier? Der spielt jetzt Fernkämpfer aus. So. Fernkampf. Fernkampf. Ich kann noch mal 12 hinzubekommen. Das war klar. So, er hat noch zwei Karten. So, jetzt muss er auch erst mal auf denselben Damage kommen wie ich. Gegner passt. Easy. Weil ich so cool bin. Der war ja sehr schwer. Bei Militär des Meidiger Möse. Boah. Ja. Du spielst doch schon eine Weile. Du müsstest Spieler kennen, die gut sind. Und vor allem gute Karten haben. Ja. Ich habe in letzter Zeit viel von einem Typen namens Lambert gehört. Der Scheißkerl hat angeblich ein ganz böses Blatt. Du könntest ihn übrigens kennen. Er ist auch Hexer. Ah. Alte Freunde. Gerald, ich habe mich selber gerade erschmiert. Cool. Es gibt mich als Karte. Ach, ich bin untröstlich. Ich muss mal kurz mit Lambert sprechen. Wegen dem Blatt. Der Fluch, der auf uns erlastete, erwies sich als Karte. Der Fluch. Der Fluch. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfermagier. Interessant. Ja. Ja, ich weiß Bescheid. Inzwischen weiß ich... mehr als ich wissen wollen würde. So, falsche Quests drin. Nebenquests. Äh, Lambert. Lambert? Lambert! Lambert, kann ich noch mit dir Karten spielen? Kann ich noch mit Lambert Quint Karten spielen? Ich hoffe doch. Lambert. 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 So. Äh. Döp. Döp. So. Halliopp. Ach, Kermorhin, warum bist du nur so fett? Gibt's hier ne Abkürzung? Hihihi. Na ja. Da steht Plötze rum. Ja. So. Lambert! Wo ist der denn? Vorne irgendwo. Eskel? Steht der wieder hinten am Ofen? Ja. Hallo, Yen. Was geht? Können wir reden? Worüber? Weiß ich nicht. Ah. Mach's gut. Ja. Pass auf dich auf. Habe ich schon gegen ihn gespielt? Ich weiß es gar nicht. Shit. Du kannst hier nicht Plötze rufen. Ah. So. So. Ach schön. So. Plötze. Sorry, ich meine natürlich Plötze. Wir müssen nach Skellige. So. Erstmal die richtige Quest. Äh. Hier. Dann wieder rüber. Zack. Ich reiß einfach mal. Ich glaub das ist ein Vision Bug. Hier. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war der Elfmagier, der Ziri, desto langsam der Typ. Er hat sich in der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Ja. Weiß da, wo ein Kommer ist? Da holt er zehn Sekunden an Luft. So. Achso, ich bin wieder ohne Plötze gespawnt. Haben sie dir den Arsch schon mit Honig eingestellt. Hier ist wieder traumhaftes Wetter. Du hast ja Schwerter auf dem Rücken. Gelobt sei der Tag ist ab. Du hast ja Schwerter auf dem Rücken. Ähm. Zerris? Zerris? Wo ist Zerris? Äh, nö. Ich glaube, ich muss runter in die Gemächer, oder? Möge deine Axt nie zerbrechen. Okay, ich kann auch erst mit Krach sprechen. Du hast ja Schwerter auf dem Rücken. Ja, ich habe Schwerter auf dem Rücken. Stell dir vor. So, Krach. Hey, Krach. Was läuft? Ich will reden. Guten Tag. Äh, ich brauche deine Hilfe. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Du hast Nilfgaard erwähnt. Was ist denn mit den Nilfgaardern? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen, aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Aber keine Sorge. Wir werden die Schwarzen und die wilde Jagd vertreiben. Drei Fliegen mit einer skellige Axt. Okay. Ciri wird in Kertrolldiff sicher sein. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kermorhen bekämpfen. Kermorhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Verstimmt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Nimm wohl. Warte. Ich lasse dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Okay. Kriegen wir neue Ausrüstung? Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Angräth. Was? Erlend Steinfraust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet. In Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Angräth. Und jetzt gehört sie dir. Das ähm, 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 ähm. Wahrscheinlich besteht er drauf. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Lass mich wenigstens das für dich tun. Wenn du darauf bestehst, ich danke dir. Also jetzt einfach zu sagen, gib her, das Ding. Das wäre ein bisschen zu respektlos. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Dankeschön. Krach. Zwei Erfahrungspünktchen. Ich bin stolz auf mich. Winterklinge. Respekt, Hexer. Respekt. Respekt. Plus 10 Schaden. Rüstungsdurchbauung. Plus 40 kritischer Treffenbonus. 55 Chance auf Einfrieren. 10. Ist eine Stahlwaffe. Damit kämpft man nicht gegen Geister an Kret. Das ist eine Stahlwaffe. Du Noob. Du musst doch wissen, dass man... Geister kann man nicht mit Stahl bekämpfen, sondern mit Silber. So, warte mal kurz. Das nennst du Laufen? Das nenne ich Anrempeln. Und wieder Verschwinden. Wer ist das? Oh, da ist abgeschlossen. Okay, geht nicht. Winterklinge. Guter Name. Gutes Schwert. Letzte Nacht war... So, wo ist Cerys? Ich find sie einfach nicht. Ist die jetzt hier rechts unten irgendwo? Hier? Warte. Ja. Guten Tag. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Und auch auf die Sauberin. Was haben die ihnen getan? Weiß ich nicht. Ähm. Wenn ich wüsste, wo Cerys ist. Der Junge an Kret ist ein toller Hecht. Hat ganz alleine einen Riesen getötet. Ja, ganz allein. Mhm. Gelobt sei der Tag des Arten. Ich glaub sie ist oben. Komm ich hier durch? Jo. Du... 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 Hallöchen, Cerys. Was läuft? Eure königliche Majestät. Könnte ich euch kurz sprechen? Lass das, Geralt. Ich bin dasselbe Mädchen wie früher. Außer dem Titel hat sich nichts geändert. Bist du dir sicher? Wie fühlt sich das Herrschen an? Machen dir die Jarls Schwierigkeiten? Sie sind alle sehr verständnisvoll. Sie scheinen an mich zu glauben. Außer Logos natürlich. Der Logos. Du versuchst mit ihm zu reden. Du könntest ihn überzeugen. Nee. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist noch dickköpfiger als mein Vater. Aber ich werde es versuchen. Ja, das musst du wohl. So. Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Fäden die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück. Gab ein Fest. Lies den Mäd in Strömen fließen. Und alle liebten ihn wieder. Ja, so ist das. Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Hm, fast. Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zwar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Moor hinbringen. Und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Hm. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Wer ist das? Chalmar. Chalmar. Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird dich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück. Chalmar sagt mir was. Sprich mit Chalmar. Hat die hier irgendwas zu looten? Oh. Erstmal Ceres beklauen. Und hier sind bestimmt nur Bücher drin. Nee. Nein, danke. Tschüss. Ah, du. Was wollte ich schon immer wissen? Hi. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisken, Waldschrate oder Riesen in der Nähe sind? Dann schlafen wir eine Runde und können uns Chalmar speichern. Speichern. Sonst werden wir noch von den Wachen getötet. Hm. Bratkartoffeln. So, hier hinten noch irgendwas. Ich schau nur. Nö. So, Chalmar, was geht? Wie steht's, Geralt? Ganz gut. Und du so. Planst du noch eine Reise? Klar. Der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undwig? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Ursgar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Ja, das wird sie. Äh, du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen. Du und Ciri. Ihr seid doch zusammen aufgewachsen. Zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ihr keiner nachgemacht. Einmal hab ich es versucht. Da hab ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zur Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide zwölf Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Hahaha. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Ja, ist so eine Allianz aus Skellige und Novigrad. Die Skellige sind ja so Halbpiraten. Das wäre nicht so vorteilhaft. Die wilde Jagd wird Kermurhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankreids je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Dankeschön. Der Riesentöter kommt mit. Nice. So, Moisack. Wir brauchen noch einen Zauberer in unseren Reihen. Yen kann nicht alles allein machen. Noch mehr Ärger. Noch mehr Ärger. Nein. Ich such grad Verbündete. Das ist nicht Ärger stiften. Das ist... ...was anderes. Okay, okay. So sieht nach Regen aus. Sag's nicht, Geralt. Hallöchen. Oh. Was geht? Was für ein Spiel? Müssen die Schwerter geschärft werden? Da bist du ja wieder. Und? Hatte ich nicht recht? Hm. Erstmal eine Runde gewinnt. Hihi. So. Ich will Karten spielen. Ja, da guckt er. So, ich hab Geralt. 15 Damage. Kann ich bestimmt in jedes Deck aufnehmen. Ja. Okay. Zack. Standard Deck. Gegner darf anfangen. Weil ich so nett bin. Find ist gut. Den brauch ich ehrlich gesagt nicht, weil ich hab schon den hier. Der ist besser. Alter, so viele starke Karten. Find. Lass ich mal dran. Ich hau aus die ganzen Nahkämpfe raus. So. Zack. Zack. So, gleicher Damage. Du Lappen. Ja. Gönn dir. Dann geh ich jetzt auf Fernkampf. Die kann ich auch raushauen. Das macht mir nix. Dankeschön. Okay. Aber er darf zwei Karten ziehen. Das ist halt nicht so gut. So. Du 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 du. Alter, viele Karten ziehen dir nach. Gönn dir. Gönn dir. Bogenschützen. Bogenschützen. Gönn dir. Ich glaub nicht, dass er das übertrumpfen wird. Deswegen pass ich jetzt. So. Willst du über 36 Damage, ja oder nein? Ja. Will er nicht. So. Dann einmal Nahkampf. So, ich kann meine Nahkämpfer verstärken. So, Nahkampf. Ich kann alle meine Nahkämpfer verstärken und ich kann alle meine Fernkämpfer verstärken. Er hat halt noch sechs Karten. Das ist ziemlich bitter. Dann bin ich hier bei 30, wenn ich die verstärkt hab. Und dann nochmal 20. Ich hab exakt 50 Damage. So. Er hat jetzt schon 26. Er hat auch fünf Karten. Sieht schlecht aus für mich. 40. Könnte sein, dass er über 50 kommt. Oh, ja. Ja. Kann ich gleich aufgeben. Yo. Da bist du ja wieder. Ich will Karten. Okay. Gegner darf anfangen. Das brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. So. Erstmal Karten ziehen. Ja. Gönn dir. Jetzt ziehe ich mal Karten. So. Okay. Jetzt holt er sich meine. Ne. Seine eigene. Ach, die kann er sich nicht holen, weil es ein legendäres. Hihi. Besser wäre es, wenn ich jetzt alle Fernkampfkarten spiele. Nein. Ich hab gesagt Fernkampf. Okay. Bin ich halt jetzt auf Nahkampf. Was soll's. Die Karte ist so unnütz, weil ich hab nicht die Gegenkarte dazu. Sind das hier Belagerungskarten? Ja. So. Gegner passt. So. Und ich passe auch. Okay. 16 Damage. Verdoppelt. 32. 52 Schaden. Wenn da nichts einfrieren können oder so. Mal schauen. Bogenschütze. Vielleicht kommen wir wieder die Karte, die alles zerstören können. Ja. Okay. Er hat mal eine zerstört. Ist immer noch besser als... Zwei. Den Damage kann er nicht übertrumpfen, den ich jetzt hab. Kommt er nicht drüber. Mit zwei Karten. Naja. Uh. Verstärkt. Um eins gleich. Ist der richtige, harter Dude. Ich hab jetzt schon 40. Uh. Gleich nochmal. Anführerkarte noch rauspacken, weil ich einen dicken Gloriss hab. Ja. Ich bin am Zug. Ich weiß. So. 50. Machste nix. 10 Kronen. Krieg auch ne Karte. Ja. Doll. Blatt Tannersperr. Cool. Da bist du ja wieder. Und? Ja. Ähm. So. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Dein Angebot. So. Erstmal verkaufe ich meinen Schrott. Weg. 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 Äh. Weg. Alles weg. Dann. Die ist schla... Die ist richtig schlecht geworden. Schade. Handwerk reparieren. Alles Wichtige. Zack. Das auch. So. Gut. So. Wiedersehen. Wiedersehen. Ciao. Moisek. Wo ist denn der? Ach, der ist da hinten auf dem... Da ist der. Okay. So. Dann spreche ich jetzt noch mit Moisek und versuche ihn als Verbündeten anzuwerben. Werden. So. Mal gucken. Ob das funktioniert. Weil der war ja nicht so erfreut, dass ich mit Jens zusammen die Maske benutzt habe. Gesunder Keuchhusten. Gesunder Keuchhusten. Hallo Moisek. Was läuft? Können wir reden? Hä? Auf einmal bin ich draußen. Jan und ich sind nach Hindarsfjall gefahren. Oh, habt ihr was erfahren? Ciri ist in Lofoten gewesen. Sie war verwundet, als sie ankam. Die Dörfler haben sie gesund gepflegt. Leider war ihr die wilde Jagd auf den Fersen und überfiel das Dorf. Ciri konnte fliehen, aber die Dörfler... Ich weiß, du musst nicht weiterreden. Ich habe mit ein paar Überlebenden geredet. Es reicht mir zu wissen, dass Ciri glücklicherweise entkommen konnte. Bestimmt findest du sie bald. Das will ich doch hoffen. Äh, ich brauch dich, ne? Die wilde Jagd wird Kermorhin bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann... Weißt du, wo Ciri ist? Ja, hier weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, soweit ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin hier immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kermorhin. Gut. Wir geben dich auf ein Boot. Alle Waffen, Bruder. Das waren alle. Sammle sie alle. Mehrere Orte für die Gwind-Sachen. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mit den Gwind-Karten anfangen sollte. Ich könnte zu jedem Wirt gehen, aber... Gegen jeden Wirt spielen, das wird ein bisschen anstrengend. Deswegen... Machen wir in der nächsten Folge... Die Hauptmission weiter, indem wir uns zu den Nebelinseln begeben werden und dort Ciri suchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder ist, The Witcher 3. Wild Hunt. Auf Todesmarsch. Ciao. Auf Todesmarsch. 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 Das war's. Das war's. Das war's.